Alles klar. Ich möchte gleich dazwischen quatschen. Ja. Es gibt hier ansonsten die Frage, ob es dann eine Aufzeichnung gibt. Aber ich glaube, das war eines der Nebenabsichten, weshalb du freundlicherweise es angeboten hast. Genau. Um den Webinar nach Hause zu halten. Ja, so. Also wir, ab jetzt wird aufgezeichnet. Und wir, ich werde das ganze Ding dann einfach nachher auf YouTube packen. Prima, danke. Also, dann legen wir los. Das ist das Ding, was wir uns gleich anschauen werden. Aber bevor wir uns irgendetwas anschauen, würde ich sagen, wir machen ein Minimum an Theorie vielleicht vorweg, damit wir alle auf einem Level sind. Also als erstes nochmal offiziell herzlichen Dank fürs Kommen, auch wenn es jetzt sehr kurzfristig gewesen ist. Wir versuchen jetzt einfach, das nochmal zu wiederholen, was letzte Woche Freitag stattgefunden hat beim Analytics Pioneers Training, wo wir keine Aufzeichnung hatten. Und jetzt machen wir es einfach mehr oder weniger nochmal in einer leicht abgewandelten Form. Und es soll aber trotzdem, wie gesagt, so einen Workshop-Charakter haben. Wer Bock hat, irgendwelche Fragen zu stellen, stellt sie dann jetzt einfach in den Chat. Und der Herrgott wird mich unterbrechen. Gut. So, um auf einen Stand zu kommen jetzt erstmal, was sind überhaupt diese serverseitigen GTM-Container? Ich werde sie ab jetzt relativ häufig Tech-Server nennen, weil es einfach kürzer ist. Oder GTM-Server, nur um es vom clientseitigen Tech-Manager zu differenzieren. Und da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Der Name ist verwirrend. Es ist halt kein Ersatz für den normalen Google-Tech-Manager. Also, als ich zum ersten Mal serverseitiger Google-Tech-Manager gehört habe, habe ich gedacht, huch, wie soll denn das alles serverseitig gehen? Es geht nicht darum, den normalen Google-Tech-Manager zu ersetzen. Der ist nach wie vor für die Datensammlung verantwortlich oder was anderes. Aber der Google-Tech-Manager-Container ist keine andere Art und Weise der Datensammlung auf der eigenen Website. Es ist kein Ersatz dafür. Sondern es geht um den Endpunkt für die Datensammlung auf dem eigenen Server. Sprich, Tracking-Hits gehen halt nicht mehr direkt raus an die einzelnen Tracking-Dienste, sondern man sendet sie sich, zumindest wenn es um Google Analytics geht, zum Beispiel an seinen eigenen Server. Und wenn man anfängt, diese ganze Sache dann auch für mehrere Tracking-Dienste zu verwenden, spätestens dann kann man dadurch auch eben so redundante Datensammelskripts im Browser reduzieren. Also, wo wir jetzt im Moment noch eine Datensammlung haben für Facebook, für Avin, für Bing, für Google Ads, Conversion-Tracking oder was auch immer. Das alles könnte man natürlich reduzieren. Wenn man selber sagt, ich sammle einmal alles, was ich brauche, sende es einmal an meinen eigenen Endpunkt, in diesem Fall halt den Tech-Server, und der kann dann nachher dafür sorgen, dass was auch immer ich gerade mit Daten bedienen darf, mit Daten bedient wird. Sprich, wir entkoppeln den Browser des Besuchers von den einzelnen Tracking-Diensten und haben Kontrolle darüber, was mit den Daten nachher passiert, wer bekommt was unter welchen Bedingungen, Stichwort Content und so weiter. Das gibt uns also mehr Flexibilität bei der Verarbeitung der einmal gesammelten Daten. Und ein eigener Server bedeutet in diesem Fall in der Regel Google Cloud Plattform. Das heißt, der Tech-Server läuft auf der Google Cloud Plattform, das gehört zum Deal dazu. Man kann das Ganze auch, ich glaube, im Moment ist das noch irgendwie Alpha oder wie auch immer, auf einem eigenen Server betreiben, aber das ist nicht der Regelfall. Und es ermöglicht uns eben, das eben beschriebene 1-zu-end-Tracking, das heißt, einmal Daten sammeln, mehrfach nutzen, oder eben auch Datensammlung von mehreren Websites oder in verschiedenen Formaten, oder vielleicht auch gar nicht von einer Website, sondern Daten, die aus einer Applikation kommen oder sonst irgendwas, oder eben das typische Tracking von App und Web parallel. Das können wir an N verschiedene Dienste senden. Was wir uns jetzt hier anschauen, ist immer nur ein eingehender Datenstrom von einer Website, aber man kann sich halt denken, das Ganze kann man natürlich auch multiplizieren. Beziehungsweise wir schauen uns gleich auch zwei eingehende Datenströme von der gleichen Website an, aber das ist eine andere Geschichte. Gut. Wie funktioniert Tracking normalerweise? Wenn man keinen Tag Manager hat, sendet der Besucher, der Browser des Besuchers, einen Seitenaufruf, also ich möchte bitte folgende Seite haben an den Webserver, der antwortet damit, da sind irgendwelche Tracking-Codes dann in der Seite drin und die senden Daten direkt an Google Analytics. Keine Kontrolle. Wenn wir den Google Tag Manager implementiert haben, ist das Ganze ähnlich. Der Request kommt, die Antwort kommt. Jetzt wird allerdings erst der Container vom Google Tag Manager geladen und darin sind wieder die eingebetteten Tracking-Skripte, Tracking-Codes und die senden Daten wieder direkt an, Google Analytics und X und Y und Z. Wenn wir jetzt aber mit einem Tag-Server arbeiten, dann ist das ein Tracking-Endpunkt auf meinem eigenen Webserver im Sinne von im First-Party-Kontext. Das heißt also, dieser Tracking-Endpunkt, der auf der Google Cloud Plattform wohnt, wird in der Regel, wenn man es richtig macht, hier im Test, wenn wir es gleich nicht gemacht haben, irgendwie zu erreichen sein unter tracking.meinedomain.de oder analytics.meinedomain.de oder vielleicht auch irgendwas anderes wie data.meinedomain.de je nachdem, ich sag mal so ein bisschen, auf wie paranoid man ist. Also, wenn man das Ding jetzt Analytics oder Tracking nennt, dann könnte man sich vorstellen, dass irgendwelche Tracking-Blocker sowas dann eben auch blocken. Wobei ich persönlich der Meinung bin, wenn ein Tracking-Blocker installiert hat, der will halt wirklich nicht getrackt werden. Da muss ich mir keine Mühe machen unbedingt, den dann trotzdem zu erwischen. Es geht mehr so darum, diese ganzen komischen Tracking-Schutzmaßnahmen so ein wenig mehr unter Kontrolle zu haben, die die ganzen Browser heutzutage alle implementiert haben, unter der Voraussetzung, dass man denn überhaupt schon Consent hat. Also, wenn ein Besucher auf meiner Website ist und mir Zustimmung gibt, dann möchte ich halt nicht, dadurch, dass irgendwelche Tracking-Skripte von Drittparteien geladen werden, aber dann geblockt werden. Der Browser nachher sagt, naja, der Besucher hat zwar gesagt, du kannst zwar tracken, aber ich sage, nö. Also, es geht nicht darum, Leute, die einen Tracking-Blocker installiert haben, die sagen auf deiner Website auch nicht ja. Die sagen sowieso nein. Und die trackst du dann eben auch nicht. Oder die trackst du nur in Matomo oder die trackst du nur im geringeren Umfang oder wie auch immer. Aber Consent muss trotzdem immer beachtet werden. Das so als Einschub zum Thema Tech-Server. Das ist nicht der wilde Westen. Das ist ein Tracking-Endpunkt auf dem eigenen Server. Und wenn wir jetzt hier das Ding nochmal durchspielen, dann kommt der Request. Es kommt eine Antwort. Und jetzt wird wieder vom Google Tag Manager der Container nachgeladen. Da sind Trackingskripte drin. Aber diese Trackingskripte, diese Data Collection, sendet jetzt eben nicht mehr die Daten direkt an Google Analytics, sondern an unseren eigenen Endpunkt. Und der eigene Endpunkt sendet dann oder nicht Daten an Google Analytics. Wenn zum Beispiel alles in Ordnung ist, Consent besteht und jetzt ein Seitenaufruf oder sowas versendet werden soll. Und wie das genau implementiert wird und aussieht, das wollen wir uns im Prinzip jetzt erst nochmal vom, von der Perspektive des Endpunkts anschauen, bevor wir in die Demo gehen. Sonst ist das ein bisschen verwirrend. Was heißt denn hier Client? Was heißt denn hier Tag und so weiter? Also wie wird im Google Tag Server überhaupt der Request verarbeitet? Da gibt es zwei Seiten und auf der einen Seite stehen Clients. Die heißen Clients. Ich finde das blöd, dass am Server etwas wohnt, das Client heißt, aber ist halt so. Und diese Clients sind in der Lage, HTTP-Aufrufe, also Requests, eingehende Tracking-Hits in verschiedenen Formaten zu verstehen. Zum Beispiel gibt es dann da einen für Google Analytics Universal Analytics oder einen für Google Analytics 4 oder vielleicht noch jede Menge ganze andere Sachen. Und wenn wir jetzt einen Request senden und es gibt einen Client, der den Request verstehen kann, weil es zum Beispiel ein ganz normaler Tracking-Hit im Universal Analytics Format ist, dann sagt dieser Client, ich nehme diesen Request entgegen und hole die Daten raus, die da drin stecken. Also die ganzen Parameter oder was als Nutztlast im Post drin steht oder wie auch immer, wird in ein Event-Modell übersetzt, wo in einer strukturierten Art und Weise die Daten drinstehen. Das heißt, wenn auf der anderen Seite irgendwelche Tags sind, die Daten an Tracking-Dienste senden sollen, dann wissen die halt, na gut, der Seitenaufruf steht in diesem Event-Modell immer in einem, also der Seitenname oder der Titel steht immer in einem Feld Page-Title. Oder im Sinne von E-Commerce weiß man auch immer ganz genau, wenn eine Transaktion da übergeben wurde, wo steht jetzt zum Beispiel der Umsatz, wo stehen die Versandkosten und dieser ganze Schnickschnack. Das ist Sinn und Zweck der Übung. Also es kommt ein Request rein in irgendeinem Format und statt die ganzen Parameter jetzt irgendwo direkt hinzusenden, was man theoretisch machen könnte, wird das Ganze übersetzt in ein für alle Tags theoretisch allgemein verständliches Event-Modell. Und diese Tags können dann sagen, ja, wenn jetzt von einem bestimmten Client Daten gesendet werden, dann bin ich ein Tag, was dafür zuständig ist, das irgendwie weiterzugeben und dann senden diese Tags Daten an Google Analytics, an Facebook, an Google Ads, an Matomo oder was auch immer. Also so funktioniert das Ganze in der Theorie innen im Google Tag Manager, im serverseitigen Container. Und das wollen wir uns jetzt schlussendlich mal in der Demo angucken. Also was wir uns angucken wollen, ist das normale Tracking mit Universal Analytics und Google Analytics hier ist genau das Gleiche. Und dann noch so ein paar andere Sachen, wie werden Cookies migriert, wenn man das möchte? Wie sieht das Debugging aus? Wie landen die Daten in Google Analytics? Wie kann ich zum Beispiel Kontrolle darüber ausüben, was übergeben wird überhaupt an Google Analytics und was nicht? Wie kann ich, und das ist relativ neu, meinen Client-seitigen Google Tag Manager Container über meinen eigenen Server laden statt von Google Tag Manager.com, was aus eben genannten Gründen nicht verkehrt ist, wenn der Browser irgendwie sagt, ich lade nichts, was von Google Tag Manager.com kommt. Und dann gucken wir uns noch, wenn wir noch Zeit haben, ein paar andere Tag- und Client-Typen an, am Beispiel Matomo und vielleicht auch noch an anderen Dingen und auch eine eigene Datensammlung, wenn man irgendwann sagt, naja, ich möchte eigentlich nicht mehr, dass die Daten nur im Google Analytics Format gesammelt werden, weil ich hier auch noch irgendwelche anderen Dinge mit erheben möchte und dann mache ich meine eigene Datensammlung. Das ist das, was wir uns anschauen wollen und das machen wir jetzt und zwar auf genau diesem Shop. Das ist ein ganz normaler Shop mit ganz normalen Produkten. Da läuft normalerweise kein Tracking. Wenn wir jetzt gleich hier in der Vorschau irgendwelche Dinge veröffentlichen, dann sind es natürlich zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es hier ein Tracking. Ich habe aber die Vereinfachung hier. Der einfache Teil war kein Consent-Manager drauf. Das heißt, wer jetzt hier während der Aufnahme live da drauf geht, der wird getrackt. Sorry, kann ich nichts gegen tun. Also einfach zugucken und sich hier später umschauen, wenn man möchte. Also, hier werden Atomkraftwerke nicht verkauft natürlich, aber wir haben jetzt hier einen Shop und da gibt es ganz normalen E-Commerce und dafür gibt es ein ganz normales Tracking. Und das Tracking ist verbaut in einem Google Tag Manager, einem ganz normalen kleinseitigen Google Tag Manager Container, so wie der bei euch wahrscheinlich oder hoffentlich auch verbaut ist. Und was wir jetzt hier mal anmachen, ist das ganz normale Tracking von Seitenaufrufen und E-Commerce Events und was wir jetzt auch mal anmachen, ist parallel eine Datensammlung für Google Analytics 4. So ein Tag hat der ein oder andere von euch wahrscheinlich auch schon in seiner Implementierung und man sammelt jetzt schon mal wenigstens parallel Seitenaufrufe mit. Das Ganze machen wir jetzt mal an. Schauen uns das in der Vorschau an, damit es zumindest bei mir hier läuft. So. 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 Also noch, seid ihr sicher? Weil es nur hier in der Vorschau läuft. Und wenn wir uns das jetzt hier im Google Tag Assistant anschauen, dann werden hier halt ganz normal der Page View, die beiden Dinger werden gefeuert. Und wenn ich jetzt hier mal irgendwelche E-Commerce Events auslöse, wie zum Beispiel ein Add-to-Card, dann passiert hier eben auch noch was im Sinne von, es werden E-Commerce Events gefeuert. Das Ganze sieht man auch jetzt live in Google Analytics. Das ist also hier mein eigener Besuch. Und wenn wir auch an Google Analytics 4 senden, müssten wir hier jetzt auch im Moment einen Besucher haben. Soweit, so gut. Also das ist jetzt das ganz normale Tracking, um zu erklären, von wo wir kommen. Das ist der Ausgangspunkt. Tracking über Google Analytics, Universal Analytics, GA4, parallel eingebaut im Google Tag Manager. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das Ganze über meinen eigenen Endpunkt laufen lassen? Dazu müssen wir den als erstes bauen, den eigenen Endpunkt. Und für euch würde das bedeuten, in der Verwaltung einen neuen Container anzulegen und hier den serverseitigen Containertypen zu wählen. Wenn ich den jetzt erstellen will, dann werde ich gefragt, was will ich machen? Und um anzufangen und die Füße nass zu kriegen, könnt ihr das machen. Wenn ihr aber später wirklich einen Server haben wollt, der im eigenen Kontext läuft, dann müsst ihr das machen. Und da ist ein bisschen mehr Arbeit zu tun. Deswegen ist für den Anfang und Füße nass zu kriegen, das eigentlich erst mal das Einfachste. Man muss danach aber nochmal durch ein paar Hürden springen, wie die Anlage eines Kontos für die Google Cloud Plattform und so weiter. Da gibt es aber auch Anleitungen dazu. Da habe ich mal was zu geschrieben. Da gibt es von Simo jede Menge Posts. Also wie man einen Google Tag Manager, einen serverseitigen Container errichtet, ist eigentlich klar. Und das machen wir jetzt hier nicht, weil es auch länger dauert. Also sparen wir uns den Quatsch, gehen zurück zu unserem clientseitigen Container, weil wir da gleich ein paar Änderungen noch eintragen wollen. Und gehen hier in den serverseitigen Container, den ich schon fertig gebaut habe. Und den habe ich jetzt von sämtlichen Tags, Clients und whatsoever erst mal befreit. Ich glaube, wenn ihr den neu anlegt, dann sind da auch schon Clients und Tags drin und zwar für Google Analytics. Wenn wir uns aber eh angucken wollen, wie funktioniert das Ganze in der Praxis, legen wir die einfach hier selber an. Das ist auch kein großes Hexenwerk. Sprich, das ist der Unterschied zwischen diesem Tag Manager und diesem Tag Manager sieht man vor allen Dingen hier auch im Menübereich. Es sind einfach ein paar andere Sachen da. Dafür sind viele andere Dinge halt sehr ähnlich. Und was das erste ist, was wir brauchen, wie wir eben gesehen haben, ist ein Client. Also ein Client, der in der Lage ist, die Tracking-Hits, die jetzt im Moment direkt an Google Analytics versendet werden aus dem Browser und die demnächst an uns gesendet werden sollen, die entgegenzunehmen und zu verstehen. Und dazu legt man einen Client an, wenn keiner da ist. Man sagt, normalerweise müsste einer da sein. Und das, was hier unter dem Meer ist, das ist das, was ihr normalerweise seht, wenn ihr das Ding installiert habt. Und das, was hier drin ist, sind Dinge, die ich selber gebastelt habe, die kommen gleich noch zum Einsatz, zum Teil, sind aber normalerweise nicht da. Und wir legen jetzt für Google Analytics, Universal Analytics, einen Client an und lassen alles, wie es ist. Und mehr brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Als erstes schauen wir uns aber an das Thema Cookie-Migration. Also standardmäßig gibt es ein serververwaltetes Cookie, was hier verwendet wird, sobald wir auf diesen eigenen Endpunkt umstellen. Und das Ding hat auch einen anderen Namen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Migration von bestehenden Cookies hier aktivieren, sodass, wenn eine bestehende Client-ID da ist aus einem JavaScript-Cookie, dass die weiterverwendet wird. Blöd ist, wenn ihr das nicht anmacht in eurem Client, dann habt ihr ab dem Tag, an dem ihr hier rüber trackt, erstmal keine Wiederkehrende Besucher, sondern erstmal nur neue Besucher, weil die alten Client-IDs möglicherweise verworfen werden. Also das als Info dazu. Man kann das aber auch einfach ausschalten und weiter mit dem JavaScript-verwalteten Cookie arbeiten. Das ist eigentlich alles, was es zum Client zu sagen gibt. Wenn ich ihn jetzt speichere, kriegt das Ding noch einen schönen Namen. Den lassen wir einfach. Und damit haben wir einen Client gebaut. Das ist jetzt ein Ding, was in der Lage ist, Hits zu verstehen, die im Format von Google Universal Analytics kommen. Und weil wir im Moment zwei Tags haben, bauen wir jetzt auch, wenn wir den nicht wirklich brauchen, auch für das andere Format, nämlich Google Analytics 4, bauen wir uns auch noch so ein Ding und sparen uns jetzt mal das serverseitige Cookie. So. Jetzt können wir auf der anderen Seite Tags bauen, die dann zum Beispiel die Daten an Universal Analytics oder Google Analytics 4 senden. Damit die feuern, brauchen wir genau wie im normalen Tag Manager Trigger. Und da können wir jetzt uns auch eben kurz zwei Trigger bauen, nämlich einmal Universal und da sagen wir, wir nehmen einige Ereignisse, nämlich nur die, die von einem Client kommen, wo der Client-Name Universal Analytics enthält. Das wäre jetzt also ein Trigger, der immer dann feuert, wenn irgendwelche Events gleich entgegengenommen werden und verarbeitet werden von einem Client, der Universal Analytics in seinem Namen hat. Das ist der erste, den wir gebaut haben. Da steht ja Google Analytics Universal Analytics drin. Das ist jetzt erst mal eindeutig genug. Und jetzt bauen wir uns für das andere Ding auch gleich noch einen Trigger. Ist eigentlich klar, wie es funktioniert. Client-Name enthält GA4. Das Ding heißt GA4. Fällig. So, damit haben wir jetzt alles, um die Informationen, die später an diesen Server gesendet werden, eins zu eins mehr oder weniger weiterzuleiten, wenn wir dazu noch Tags bauen. Und das machen wir jetzt. Und wir nehmen ein Universal Analytics Tag als erstes und könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir übernehmen nicht die Mess-ID aus dem aus dem Hit. Da steckt dann normalerweise auch die Tracking-ID drin, sondern wir überschreiben die. Und ich mache das auch und ich erkläre auch gerne, warum. Weil wir werden dieses Tag gleich auch feuern, wenn Daten kommen, die überhaupt nicht im Google Analytics, Universal Analytics Format gesendet wurden. also können wir hier im Tag sagen, egal für welche Property die Daten eigentlich waren, ich schicke die hier hin. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn ich zwei von diesen Tags baue, dann kann ich den eingehenden Datenstrom auch an zwei unterschiedliche Properties senden, ohne irgendwie zwei mal einen Container auszuliefern oder irgendwelche Send-Tasks anzupassen oder sonstigen Schnickschnack und die ganze Last in den Browser zu legen, kann ich sagen, das, was einmal bei mir ankommt, sende ich an zwei unterschiedliche Properties, indem ich hier einfach eine Mess-ID eintrage. Wir können auch sowas machen wie Anonymize-IP hier eintragen. Also für den Fall, dass es vergessen wurde, können wir das hier einfach nachholen. Also das ist mehr oder weniger ähnlich wie das, was man in so einem normalen kleinseitigen Tag einstellen kann. So kann man hier zum Beispiel eben auch Felder überschreiben und auch die Mess-ID. So, das haben wir jetzt gemacht. Das Ding braucht einen Trigger und zwar den für Universal Analytics, weil wir die jetzt im Moment einfach nur eins zu eins durchreichen wollen. Das Gleiche wiederholen wir jetzt auch nochmal für das GA4-Tag. Wir sparen uns den Schnickschnack mit den Feldern. Ich trage nur die Mess-ID ein. Aus dem gleichen Grund wie eben. Und wir brauchen noch einen Trigger. Speichern das. Und jetzt haben wir etwas gebaut, was in der Lage wäre, eins zu eins die Hits, die reinkommen, sowohl in dem einen als auch dem anderen Format zu verstehen, entgegenzunehmen, zu übersetzen. Und dann haben wir über Trigger dafür gesorgt, dass auf der anderen Seite wieder ein Tag steht, was genau dieses Format versteht und auch wieder weiterleitet und zwar dahin, wo wir wollen. Nicht dahin, was auch immer an IDs im Datenstrom steht, sondern an von uns gewählte Properties. Und wenn wir jetzt wollen, dass unser eigener Endpunkt benutzt wird, den wir uns jetzt in der Vorschau einfach mal anschauen können, das heißt, hier wartet jetzt also auch ein Endpunkt und ein Debugger darauf irgendwie benutzt zu werden und dann steht hier jetzt eine sehr hässliche URL, weil es im Moment noch die eben von der Google Cloud Plattform ist, die mir automatisch bereitgestellt wird. Da würde jetzt sowas stehen wie data.atomkraftwerke24.de, wenn ich das Ganze jetzt ordentlich in den First-Party-Kontext geholt hätte. Habe ich aber nicht. Deswegen habe ich mir auch den ganzen Cookie-Kram gespart. Bei euch wäre der wahrscheinlich an. Aber die nehme ich mir jetzt einfach, diese URL, weil solange ich jetzt hier noch auf der Seite rumsurfe, landen die Hits immer noch direkt, weil ich noch nichts geändert habe an meinem kleinseitigen Tracking. Gucken wir uns mal ein paar Hits an. Das ist noch der falsche. Achso, Quatsch, hier können wir uns das gar nicht angucken. Wir müssen uns das hier angucken, weil ich ja hier noch in der Vorschau bin. Das heißt, ich muss hier irgendwas aufrufen. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, dann sind unsere ausgehenden Hits, die gehen halt hier noch direkt, wie man sieht, an googleanalytics.com. Das ist der Universal Analytics Format und hier ist einer, den wir im Moment auch an die eben schon gesehene Tracking-ID im Google Analytics 4 Format senden. Also hier doppelte Data Collection und hier kommt noch ein anderer Hit hier, Engagement oder was weiß ich. Also die Data Collection von Google Analytics 4 sammelt ja mehr als einfach nur den einen Seitenaufruf, sondern auch diese ganzen automatischen Events und sowas, wenn man das aktiviert hat. Und das passiert jetzt gerade hier. Wir wollen aber nicht mehr, dass die Daten direkt an Google Analytics oder sonst irgendwo hingesendet werden, sondern an unseren eigenen Tracking-Endpunkt. Und dazu müssen wir jetzt in unserem in unserem clientseitigen Google Tag Manager ein paar Anpassungen machen. Der Page View und die E-Commerce Events, die wir alle gesehen haben gerade, die werden gesendet über so eine gemeinsame Einstellungsvariable. Das ist bei euch hoffentlich auch so. Und hier gibt es gut versteckt in der erweiterten Konfiguration die Möglichkeit, eine Transport-URL einzutragen. Und an diese Transport-URL werden dann die Daten gesendet. Und da tragen wir jetzt einfach genau diesen Endpunkt ein, den ich mir eben in die Zwischenablage kopiert habe. Das ist die hässliche URL. Bei euch steht da eine schöne URL. Das speichere ich jetzt mal. Das speichere ich jetzt. Achso, Moment. Die Transport-URL ist Mist. Jetzt nicht mehr. Und das Gleiche machen wir auch noch bei unserem Google Analytics 4 Seiten Aufruf. Damit auch der nicht mehr direkt versendet wird, sondern an uns. Um das hier einzutragen, ist es ein bisschen anders, weil da gibt es dieses Feld nicht. Aber wir können hier als Transport-URL auch die gleiche URL angeben. Und das hat den gleichen Effekt. Es gibt halt nur diesen blöden Knopf nicht, wo man es einfach irgendwo eintragen kann. Ein bestehendes Feld, sondern man muss es halt als Feld definieren. Hat aber jetzt den gleichen Effekt, wenn wir in die Vorschau gehen. Und hier nochmal die Seite neu aufrufen. Dann haben hier die Tags wieder gefeuert, haben die Daten aber, das können wir uns jetzt hier angucken, an unseren eigenen Endpunkt gesendet. Hier steht nicht mehr Google Analytics.com. Hier steht auch nicht mehr Google Analytics.com. Sprich, in unserem serverseitigen Debugger müssen wir jetzt auch was sehen und das ist auch so. Hier haben wir einen Seitenaufruf. Da ist ein eingehender Request gewesen im Google Analytics Format und dann hat bei diesem Request unser Google Analytics Universal Client gesagt, hey, das verarbeite ich und ich mache da Daten draus. Und zwar ist es ein Event, ein Page View gewesen und während dieses Events habe ich folgende Daten aufgezeichnet. Hier ist die Client ID, hier ist die Event Name, hier ist meine IP, Language und so weiter, Page Location. Also alles, was man so braucht. Und weil wir es so definiert haben, haben wir jetzt auch ein Tag, was gefeuert hat, nämlich das Google Universal Analytics Tag und das hat diese Daten verarbeitet, indem wieder ein Request rausgegangen ist und das ist ein ganz normaler Google Analytics Tracking Request, so wie er rausgegangen wäre, direkt aus dem Browser, wenn wir nicht die Transport-URL geändert hätten. Das heißt, das, was wir jetzt gebaut haben, ist mehr oder weniger nichts anderes, als nur in Anführungsstrichen unseren eigenen Tracking Endpunkt dazwischen zu setzen. Jetzt ist die Frage, was habe ich davon? Bis hierhin nicht viel, zugegeben. Jetzt könnte man aber hingehen und sagen, ich minimiere jetzt zum Beispiel mal die Datensammlung und spare mir das Ausspielen des Google Analytics 4 Tracking Codes zum Beispiel und sende meine Seitenaufrufe einstweilen mit dem Universal Analytics Tracking Code im kleinseitig ausgespielten mit den Daten, die das Ding sammelt. Die sende ich nicht nur an Google Analytics Universal Analytics, sondern auch an GR4. Dann habe ich schon mal eine Data Collection eliminiert. Und dann hätten wir schon mal ein Eins zu Endtracking. Genauso wie, wenn ich mehrere Powerpartys verwenden würde. Und was wir eben auch machen können, ist, wir haben gesagt, wir können Kontrolle ausüben. Und das gucken wir uns vielleicht mal ein bisschen an. Also, was wir eben schon gesehen haben, ist, ich kann umstellen auf serverseitig gesetzte Cookies. Die sind etwas härter natürlich gegen ITP. Also wäre das schon mal ein Vorteil, dass ich eine langfristige lebende Identität einkaufe, dadurch, dass ich umsteige auf dieses Ding. Und ich kann zum Beispiel in meinen Tags hingehen und könnte, hier machen wir es mal nicht, und könnte weitere Felder noch hinzufügen. Und zwar könnte ich ein Feld hinzufügen, das einfach IP Override heißt. und dann würde in meinem ausgehenden Hit nachher, und das können wir dann auch uns anschauen, meine IP gar nicht mehr drin sein im Hit. So, ich brauche da auch gar keinen Wert. Ich kann da jetzt auch True reinschreiben oder was auch immer. Das ist eigentlich wurscht. Das reicht, wenn das Feld existiert. Und das Gleiche kann ich mit einem Feld machen, das User Agent heißt. Und damit ich mich ja nicht verschreibe, mache ich das hier auch per Copy-Paste. Wenn ich das jetzt speichere und mir das Ganze wieder erneut in der Vorschau anschaue und hier über die aktive Vorschau nochmal einen neuen Seitenaufruf abschicke, dann haben wir den jetzt hier in unserem serverseitigen Debugger. Da sind meine beiden Collect-Hits, die reingekommen sind. Einmal GA4, einmal Universal Analytics. Und hier bei Universal Analytics würden wir beim ausgehenden Request jetzt keine keine IP mehr sehen. So. Die ist leer. Die User IP. Die ist vorher noch übertragen worden und genauso ist die ein ganzes Stück kürzer geworden, deswegen, weil kein User Agent mehr übertragen wurde. Und das wäre zum Beispiel etwas, um wirklich dafür zu sorgen, dass mir auf meinem eigenen Server zwar noch User Agent und IP des aufrufenden Clients, also des Browsers meines Besuchers bekannt sind, das aber überhaupt nicht in keiner Art und Weise irgendwie bei Google Analytics landen würde. Das ist ein Teil von Kontrolle, den ich mit den vorgefertigten Mitteln, die jetzt hier im Google Tag Manager, im Tag Server zur Verfügung stehen, schon ausüben kann. Genauso kann ich natürlich hingehen und kann noch Kontrolle ausüben, indem ich einen eigenen Client im Moment noch schreiben muss oder darauf warte, dass die Community mir neue Clients schreibt, die auch andere Komfortfunktionen mir noch bietet. Man sieht auch, wenn man sich anschauen will, wie Clients funktionieren, wie man auch auf dem Google Analytics Format einen neuen Client bauen kann, gibt es ein Video von Simo Arhaber, der zeigt das. Da werden solche Sachen auch zum, wie das Durchreichen oder eben das Nichtdurchreichen von User Agents und sonst was jenseits von solchen Feldern gemacht. Man kann sich denken, dass man einfach noch andere Daten sammelt und die eben auch in einem eigenen Client entgegennimmt und dann entsprechend über passende Trigger und Tags dann an andere Tracking-Dienste sendet. Jetzt, bevor wir anfangen, das Google Analytics Universum zu verlassen, schauen wir uns vielleicht auch noch mal an, was dieser andere Tag-Typ zu suchen hatte hier unten, nämlich Client-Typ, sorry, jetzt bin ich selber durcheinander gekommen, so was dieser andere Client-Typ mir zu bieten hat, den wir da gesehen haben, das Ding, was noch nicht so super alt ist, nämlich der Web-Container. So, was wir machen können ist, das hatte ich eben schon angesprochen, dass der Client-Seitige Google-Tag-Manager-Container, der jetzt im Moment ja noch von Google-Tag-Manager.com geladen wird, auch von meinem eigenen Endpunkt geladen werden kann. Dazu muss ja eigentlich nur die Container-ID eingefügt werden, die habe ich mir auch irgendwo hingeschrieben, da ist sie, so, das ist die ID meines Client-Seitigen Tag-Manager-Containers, und da passiert jetzt erstmal noch gar nichts, auch wenn ich in die Vorschau gehe, weil noch versucht niemand von da ein Skript zu laden, das heißt, wenn wir jetzt hier noch mal eine Seite aufrufen und schauen hier mal nach der ID, dann sieht man halt, im Moment wird immer noch vom Google-Tag-Manager.com wird der Container geladen und wenn ich das jetzt ändern will, dann muss ich meinen Google-Tag-Manager- Implementierungscode anpassen. Bei mir habe ich das realisiert, indem ich hier nicht den üblichen Plugins, das Implementieren des Google-Tag-Manager-Codes überlassen habe, sondern ich habe es halt hier jetzt über ein zusätzliches Plugin gemacht und hier wird jetzt im Moment, das ist die Stelle im Code, ich mache das mal was größer, so müsste man das gut sehen können. Hier wird im normalen Google-Tag-Manager-Code halt der Tag-Manager geladen und was ich jetzt mache, ist, ich tausche die aus gegen eine Zeile, in der halt hier von meiner hässlichen Domänen genau der gleiche Aufruf stattfindet. Wenn ich das jetzt speichere und hier noch mal, wo ist meine Seite hingekommen, zurück, jetzt noch mal eine Seite aufrufe, dann sieht man, dass auch der Google-Tag-Manager-Container nicht mehr von Google-Tag-Manager.com geladen wird, sondern von meiner eigenen Domänen. Das müsste man jetzt hier auch sehen, dass dieser Hit hier angekommen ist, hier sind die angefragt worden und der hat die jetzt verarbeitet und hat dann die Dinger entsprechend weitergeleitet. Die werden hier gecached, hier sieht man also, einmal gibt es zwei Hits, da wird das Ding abgeholt und ab da kann der Google-Tag-Manager das Ding selber ausliefern. Gut, was wir jetzt machen als nächstes, gibt es bis hierhin Fragen, auch ein Nein würde mir reichen. Der Herrgott hat sein Telefon ausgeschaltet. Nein, bisher keine Fragen. Nee, von dir auch nicht. Gut, dann sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir alles, was wir vorher kleinseitig ausgespielt haben, auch immer noch kleinseitig ausspielen, aber über unseren eigenen Endpunkt leiten. So, das Erste, was man jetzt machen könnte und machen sollte, wäre wahrscheinlich, solange wir sowieso nur Pageviews auslösen im Client, die können wir uns sparen. Also könnte man in den clientseitigen Tag-Manager-Container gehen und sagen, das Ding hier brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das pausiere ich jetzt. Gehe in die Vorschau und wenn ich jetzt eine Seite aufrufe, dann wird halt hier nur noch der Google Analytics Pageview rausgesendet. Und jetzt könnte ich hier im Google Tag Manager hingehen und sagen, den Client brauche ich dafür eigentlich nicht mehr, lasse ich aber einfach mal leben. Aber bei den Tags warte ich jetzt nicht mehr über den Trigger, dass ein Hit kommt für Google Analytics 4, sondern ich nehme einfach auch die Daten, die von einem Universal Analytics Client mir zur Verfügung gestellt werden. So, und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann würde eben auch, wenn ich eine Seite aufrufe, gehen wir mal woanders hin, Datenschutzerklärung ist immer eine gute Idee. Dann haben wir jetzt hier einen eingehenden Request und passiert ist gar nichts. Das ist doof. Warum ist das so? Weiß es jemand? Ach so, ja, wenn er die Änderung nicht mitbekommen hat. So, wieder reingefallen. Ich ändere mal kurz hier wieder, damit geänderte Container geladen werden kann. Wir haben hier jetzt hier einen gecacheden Container, den wir von unserem eigenen Server laden. Ich mache das hier mal rückgängig, einfach nur damit unsere Änderungen jetzt überhaupt stattfinden. Jetzt müsste das eigentlich besser funktionieren. Kleinseitig ist jetzt hier der Google Analytics Page View rausgegangen und hier ist jetzt auch ein Page View angekommen und der Google Analytics Client hat ihn entgegengenommen, hat daraus diese Daten gemacht und diese Daten sind jetzt, weil wir es so definiert haben über die Trigger, sowohl an Google Analytics als auch an Google Analytics 4 rausgegangen. Hier ist der Hit und hier ist auch noch ein User. Das sind wir jetzt über unseren eigenen Tracking Endpunkt. Gesammelt haben wir aber jetzt auf der Seite nicht mehr ganz furchtbar viel Zeugs, sondern wenn wir jetzt die Seite einmal laden, haben wir hier tatsächlich auch nur einen Collected. Das heißt, das ist diese, der Tag, den wir übrig gelassen haben vom Universal Analytics 4 Format. Statt im Browser, in jedem Browser, eines jeden Besuchers zweimal den gleichen Kram zu sammeln, nur um es an zwei sehr, sehr identische Tracking-Dienste zu senden. Das wäre schon mal ein Punkt der Optimierung. Was wir jetzt als nächstes machen, einfach weil es lustig ist, gehen wir mal in den serverseitigen Tag Manager Container und sagen, naja, wir nehmen jetzt einfach mal einen neuen Tracking-Dienst dazu, bauen uns jetzt mal einen Tag, was Daten an Matomo sendet und brauchen dazu eine Endpunkt-URL, die ich mir irgendwo aufgeschrieben habe. Das ist der Endpunkt meines eigenen Matomo-Trackings. Site-ID 1, API-Version 1, das kann man alles lassen und wir nehmen unsere Universal-Analytics-Hits und versuchen die an Matomo zu senden. Wenn wir uns das jetzt in der Vorschau anschauen und die Seite nochmal neu laden. Kleinseitig haben wir ja nichts geändert, da müssen wir ja auch nicht die Vorschau aktualisieren oder sonst was. Hier ist unser eine ausgehende Hit, der ist angekommen hier bei uns und der Page-View wurde jetzt an drei verschiedene Dienste gesendet, nur hier hat es nicht geklappt. Scheiße, warum nicht? Warum haben wir eine Exception? Achso, der darf da nicht hinsenden. Ja, das ist richtig. Da hat er recht. Wir müssen unserem Matomo-Tag, wenn wir es nutzen wollen, auch die entsprechenden Berechtigungen geben und den Endpunkt, den ich verwendet habe, den habe ich, glaube ich, nicht eingetragen. Ich gucke mal eben kurz. Entschuldige, Markus, fehlt mir bei der Adresse nicht vielleicht ein H vorne, bei HTTPS? Achso, das kann auch sein. Ich gucke aber trotzdem mal eben. So, ich habe gesagt, ah, beliebige, ja, dann fehlt vielleicht einfach nur ein H. Serverseitiger Container, Tags, habe ich mich verkopiert? Ja, da hast du recht, da darf man einfach nicht hinsehen. Danke fürs Aufpassen. Gerne. Hätte ich jetzt ein halbes Stündchen suchen können. So, dann gucken wir uns das nochmal in der Vorschau an und geben uns den Seitenaufruf, der hier angekommen ist und auch an Matomo gefeuert hat und mit ein bisschen Glück sehen wir den jetzt hier auch in der Echtzeit. Da ist er, ne? Das ist von Matomo jetzt das Echtzeit-Log. Keine Matomo-Datensammlung, aber Daten in Matomo. Das wäre so eine Möglichkeit, wo man sagt, ich sammle einfach immer Daten im gleichen Format, jetzt im Moment halt das Google Analytics Format, was ein bisschen blöd wäre, wenn jemand sagt, ich gebe dir keinen Consent für Google Analytics und trotzdem sammelst du in diesem Format. Ist komisch, ne? Aber könnte man jetzt machen und wenn man keinen Consent hat, sendet man die Daten aber gar nicht an Google Analytics, sondern nur an Matomo. Das wäre so, so ein Szenario, was man sich, was man sich denken kann. Und wenn man das, was ich eben so als Kritikpunkt angesprochen habe, zu Ende denkt, dann könnte man natürlich auch sagen, dann sammle ich gar nicht mehr im Google Analytics Format. Und genau das machen wir jetzt mal. Den Google Tag Manager können wir drin lassen, aber wir machen jetzt einfach alles aus. Was im Moment noch aktiv ist, ist ja hier der Page View und das E-Commerce Ding. Die pausieren wir jetzt auch. Und wenn wir uns das in der Vorschau ansehen und eine Seite aufrufen, dann feuert hier gerade gar nichts mehr. Das heißt, wir machen keine Datensammlung mehr whatsoever. Hier gibt es gar kein Collect mehr. Ich lade nochmal neu. Nur der hier von meinem internen Coco Analytics. Aber nichts mehr, was irgendwo an Google Analytics in irgendeinem Google Analytics Format oder an unseren eigenen Server gesendet werden würde. In unserem Backend kann ich jetzt aber bei Matomo in den Einstellungen das Hinzufügen eines Tracking-Codes einfach im Plugin. Also hier ist es einfach, Matomo ist hier bei einem Plugin installiert. Und da steht normalerweise diese Zeile drin. Und da ist dann der Endpunkt, an den Matomo normalerweise Daten sendet. Und was wir jetzt machen ist, wir senden Daten nicht mehr an Matomo. Sondern wir senden Daten an unseren, das war schon richtig so, wir senden Daten an unseren eigenen Endpunkt. Hier ist wieder unsere hässliche URL. Und hier werden jetzt Daten gesendet an einen Endpunkt, der heißt Slash Matomo. Wenn wir das jetzt aktivieren und eine Seite aufrufen, dann geht hier ein Hit an diesen Endpunkt Matomo raus und unser serverseitiger Tag Manager Container hat den auch bekommen, kann da aber gerade noch nichts mit anfangen. Also müssen wir ihm jetzt das Lesen von Matomo beibringen, das machen wir schnell. Was brauchen wir? Einen Client natürlich, genauso wie bei den anderen Formaten. Also gönnen wir uns einen Matomo Client und eigentlich müssen wir hier so ziemlich gar nichts einstellen. Jetzt gehen wir in die Vorschau. Nehmen wir einen neuen Seitenaufruf. Jetzt hat das auch geklappt hier. Wir haben ein 200 zurückbekommen von unserem eigenen Endpunkt. Der hat gesagt, das kenne ich, das verstehe ich, nehme ich entgegen. Gehen wir hier nochmal auf den Request. Hier ist der eingehende Request. Und da ist unsere Matomo Data Collection und der hat jetzt eine Page View gemacht und das sind die Eventdaten, die rausgekommen sind. Wir haben eine Client-ID, wir haben dies, das, sonst noch was. Also eigentlich ziemlich viel von dem, was man braucht, um normale Daten wegzusenden und das Einzige, was dieser Client jetzt noch gemacht hat, der hat sich jede Menge weitere Informationen, die eher nur für Matomo interessant sind, noch mitgemerkt, um einem eventuell auf der anderen Seite wartenden Tag mit den ganzen Informationen zu versorgen. Was uns jetzt hier fehlt, ist aber, es ist noch kein Tag gefeuert worden. Warum nicht? Weil wir zwar jetzt einen Client haben, der es versteht, aber wir haben noch keinen Trigger gebaut. Jetzt bauen wir also für unseren Matomo-Client einfach einen weiteren Trigger und bei unseren Tags sagen wir jetzt, hey, egal wo es herkommt, wir nehmen auch Daten im Matomo-Format entgegen. Die können jetzt also alle drei auch, wenn vom Matomo-Client Daten kommen, werden die alle drei jetzt gefeuert. Und wenn wir das uns jetzt in der Vorschau anschauen und rufen noch mal eine Seite auf, nehmen wir noch mal eine andere. Wir haben ja genug davon. dann hat hier im Client immer noch nichts gefeuert, weil wir noch nichts angemacht haben. Unsere Matomo-Data Collection hat aber jetzt die Daten an unseren eigenen Google-Tag-Manager Endpunkt gesendet. Der hat genau wie eben eine Page-View erkannt und dadurch, dass wir es jetzt getriggert haben, ist ein Universal Analytics rausgegangen, eine an GA4, eine an Matomo. Hier ist er. Hier ist auch noch irgendwo was. Und hier ist unser neuer Seitenaufruf, Startseite. Gehen wir mal woanders hin. Und zwar machen wir das mal weg, brauchen wir jetzt nicht mehr, dann ist es was übersichtlicher. So, das ist Normalgröße. Gehen wir mal auf ein Atomkraftwerk. Und jetzt sehen wir hier schon wieder, da ist eine ganze Menge passiert, Page-Views und sonstige Geschichten. Und die sind rausgegangen und hier sind jetzt auch die zusätzlichen Aktionen. Und wenn wir jetzt mal eine E-Commerce-Aktion auslösen, dann müsste auch die übertragen werden können. So, da ist auch eine E-Commerce-Transaktion angekommen. Im Moment ist es ein verlassener Warenkorb. Ja, aber man sieht das Prinzip. Also, wir haben jetzt eine Data Collection in einem Format, nämlich im Matomo-Format, haben einen Endpunkt auf unserem eigenen Google-Tag-Server für Matomo-Hits als Client errichtet und haben über die entsprechenden Trigger dafür gesorgt, dass die von uns anzuschließenden Tracking-Dienste, nämlich zweimal Google Analytics und einmal Matomo, mit Daten versorgt werden. Soweit auch alles klar noch? Nehme ich an? Hoffe ich? Von meiner Seite her ja. Wunderbar. Gut, dann versuchen wir vielleicht noch einen letzten Schritt zu gehen und wer meinen Blog gelesen hat oder die anderen Videos auf meinem YouTube-Kanal kennt, der weiß, dass ich ein großer Freund von einer eigenen Data Collection bin. Also, gehen wir das jetzt auch einfach mal an. Dazu machen wir jetzt den Matomo-Kram hier einfach wieder aus, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Das heißt, im Moment tracken wir jetzt überhaupt nicht mehr und jetzt sagen wir hier im Google Tag Manager, im Client-seitigen, wir lösen mal Seitenaufrufe und E-Commerce Events aus, man sieht, die Träger sind mehr oder weniger die gleichen und schießen da ein eigenes Tag. Das ist jetzt eine Vorlage, die ich mir hier auch selber gebaut habe, die in einem eigenen Format Daten raussendet. Das ist ein relativ simples Format. Die E-Commerce-Dinger verarbeite ich auf der anderen Seite in meinem eigenen Tag auch noch gar nicht, aber das Prinzip können wir uns hier trotzdem anschauen. Das heißt, wir werden jetzt hier, wenn wir in die Vorschau gehen, eine Data Collection sehen, die stattfindet, in einem ganz anderen Format, wenn wir eine Seite aufrufen. Und zwar geht hier noch raus sowas hier. Auch da wird im Moment noch nicht verstanden von unserem Server, kann da nichts mit anfangen, aber hier sehen wir schon auf jeden Fall unseren Request, der rausgeht. der hat hier so ein paar Parameter untersteht, sowas drin wie die Location, der Referrer, eine Client-ID, die aus einem Cookie gelesen wurde, Titel und sowas. Also halt nicht viel. Das ist alles, was wir jetzt im Moment hier übertragen. Und jetzt bringen wir unseren Google-Tag-Server per Client bei, das Ganze zu verstehen. Das machen wir genauso wie beim Atomo. Es gibt hier einen entsprechenden Client dazu. Es gibt einen Cookie-Namen, den ändere ich jetzt einfach mal in, ich hatte glaube ich was vorbereitet, diese Demo-Client-ID, da braucht es das Alanytics-Pioniers drin, da schreiben wir gleich mal was anderes rein. Und auch hier machen wir aus gleichem Grund wie vorher, tragen wir jetzt die Tracking-ID ein, damit wir die gleich mitsenden können bei allen Hits, dann werden die mit dieser Tracking-ID ausgestattet und dann weiß man, wenn auf der anderen Seite ein Tag sein sollte, wo keine Google Analytics-Client-ID drin ist, aber wir wissen, wir wollen die eigentlich primär dahin senden, können wir auch hier optional schon mal eine Tracking-ID eintragen. Das machen wir jetzt und bauen auch dafür schnell einen Trigger. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist bei den Tags das Gleiche, was wir eben für die Matomo-Data-Collection gemacht haben, hier nochmal zu wiederholen, nämlich diesen Trigger den Dingern zuzuordnen. Wir könnten die anderen jetzt auch löschen, weil wir haben keine Matomo-Data-Collection mehr und wir haben auch keine Universal-Data-Collection mehr, also triggern wir das Ganze einfach nur noch bei diesem einen Data-Collection-Format. Wir haben jetzt hier noch zwar noch alle möglichen Clients, aber es kommt jetzt nichts mehr an, was diese anderen Clients verstehen. Der einzige Request, der jetzt noch rausgeht, ist halt der in diesem eigenen Data-Collection-Format und das wird jetzt auch verstanden von einem Client und kann weitergeleitet werden, wenn alles richtig gelaufen ist. Gehen wir mal auf das große Atomkraftwerk, warum nicht klotzen? So, jetzt haben wir es hier auch, da gehen jetzt irgendwelche Dinger raus, da haben wir hier so einen E-Commerce-Hit und die sind rausgegangen, da gehen wir jetzt mal von weg. Der Client-seitige Google-Tag-Manager hat die Dinger auch verarbeitet und hat hier entsprechend mit den E-Commerce-Events und den Pageviews jetzt mit einem eigenen Format gefeuert. Das heißt, hier ist überhaupt nichts Google-Analytikis mehr im Spiel. Es wird kein Google-Analytikis- Tracking-Code geladen, es wird, wenn wir es wieder umstellen würden, auch der Container, der Google-Tag-Manager- Container, der Client-seitige, würde überhaupt nicht mehr vom Google-Tag-Manager.com geladen. Alles wäre jetzt First-Party-Kontext, einschließlich der Data-Collection, die ich ja schlussendlich auch gar nicht mehr über den Google-Tag-Manager implementieren muss, wenn ich das nicht will, sondern ich kann auch das Tracking-Skript selber laden und kann es direkt implementieren, aber ich bin halt kein großer Freund von direkter Implementierung und deswegen habe ich das Prinzip Google-Tag-Manager auch Client-seitig auszuspielen, beibehalten. Und jetzt müssten wir hier, wenn alles richtig gelaufen ist, auch sehen, dass eine Product-Detail-Impression rausgegangen ist an alle drei, dass ein Product-Klick rausgegangen ist und hier auch der Page-View. Die wurden alle drei gesendet an alle drei Tracking-Dienste, das heißt, hier müssten wir auch das Event zum Beispiel sehen können. Hier sind unsere E-Commerce-Events, die sind hier angekommen. Das ist auch hier vom aktiven User, den ich hier nur nicht sehe, weil die Client-ID hier nicht übergeben wird gerade. So, und hier müsste ich auch noch was sehen, da haben wir es schon. Da haben wir hier das Ding aus dem Cookie und hier sind die Aktionen, die wir gerade gesehen haben, den Product-Click und die Product-Detail-Impression, die sind hier als Events angekommen. Ja, das wäre also das Umstellen im Prinzip von einem komplett kleinseitigen Tracking über den kleinseitigen Google-Tech-Manager-Container, über all den Google-Schnickschnack, der sowohl beim Thema Data Collection als auch eben nachher als direkten Empfänger der Hits und so weiter im Spiel ist, auf eine komplette First-Party-Data-Collection. Der Google-Tech-Manager wird noch weiter verwendet, kommt aber auch aus dem First-Party-Kontext. Was das angeht, ist man also relativ sicher vor diesem Horrorszenario, was ich eben aufgemalt habe, nämlich Besucher stimmt dem Tracking zu, Browser sagt, du kannst mich mal. Und damit würde ich dann nochmal, damit wir das Ganze irgendwie zum Abschluss bringen können, in die Präsentation zurückgehen. Das springen wir kurz alles nochmal, weil wir es schon gesehen haben. So, haben wir hier von der Liste irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Dann würde ich das Ganze gerne nochmal rund machen mit ein paar Argumenten. Also zum Beispiel, woher kommt der Trend zum serverseitigen Tracking? Hatten wir schon mal gesagt. Reduktion vom Lasten im Browser ist ein Thema. Also Core-Web-Vitals, die ganzen SEOs flippen aus, wir müssen schneller werden und mit einer simplen kleinen Data-Collection, das geht schon damit los, dass ich nicht mehr 24 Kilobyte Google Analytics JavaScript Zeug laden muss, um Daten zu sammeln, sondern vielleicht auch irgendwie mit 1-2 Kilobyte auskomme. Das machen andere Tracking-Dienste gut vor. Plausible Analytics hat ein vorbildlich geringen Umfang beim Tracking-Code und andere können das auch. Wer dazu mehr wissen will, kann sich auch, wie gesagt, sowohl im Blog als auch bei YouTube umschauen. Da habe ich zum Thema eigene Data-Collection auch noch so ein paar Sachen gemacht. ITB-Tracking-Sturz habe ich schon gesagt, blöd ist halt, wenn der Besucher sagt ja, der Browser sagt nein, muss ich nicht nochmal wiederholen. Und was kein angedachter Zweck ist, sich auf dem Server zu verstecken und dennoch vollständig einfach zu tracken. Klar kann ich das machen. Das kann ich auch machen ohne den serverseitigen Google-Tag-Manager. Jeder kann auf irgendeine Art und Weise serverseitig Events sich nehmen, wie zum Beispiel das Laden einer Seite und das irgendwo hin zu senden, ohne dass es irgendjemand sehen kann. Das ist halt Server-to-Server-Tracking. Das ist ja aber kein Ethik-Workshop. Ich sage halt nur, es ist nicht der angedachte Zweck und man sollte es nicht tun. Das heißt aber auch, wenn ich keinen Content habe, dann heißt das nicht, dass ich überhaupt nicht tracken darf. Ich muss mir dann überlegen, in welchem Umfang will ich welche Daten in welches System senden und das sollte dann auch mein Datenschutz-Heini irgendwie durch den Hals kriegen. Aber wenn man sagt, wir machen ein cookie-loses Tracking mit Matomo, dann wird man mit Sicherheit auch mit einer Kurzzeit- Identität wie in einer Session-ID Tracking in Matomo machen können, ohne Matomo-Data-Collection oder sonst irgendwas und wenn man Zustimmung hat, dann nimmt man das Cookie von Google Analytics und sendet alles vollständig an Google Analytics. Vielleicht sendet man ohne Consent auch Daten an Google Analytics, aber ohne irgendetwas, wo Google was mit anfangen kann, im Sinne von Identifizierung. Da werden keine Cookies gesetzt, da ist nichts remarketingfähig, der Mensch, der da im Browser ist, hat nichts damit zu tun, weil alle Hits wirklich nur von meinem Server kommen und ich ihm nichts in die Hand gebe, um den Menschen da zu identifizieren. Ist das in Ordnung? Ja oder nein? Da gibt es viele mehrere Antworten und da muss dann jeder seine eigene Antwort finden. Aber ich bin jetzt in der Lage, das zu machen. Ich kann Kontrolle übernehmen und wie ich eben schon gesagt habe, es muss ja nicht der Google Tag Manager Server sein. Der hat allerdings so seine Vorteile. Es gibt aber auch Customer Data Plattforms, die eine eigene Data Collection haben. Vielleicht kann ich das verwenden. Ich kann mir vielleicht so eine Mini-CDP bauen, indem ich mir meinen eigenen Endpunkt selber in PHP oder was auch immer programmiere oder programmieren lasse. Ich muss halt nur mit der Last leben können. Und ich kann auch als Option einfach so weitermachen wie vorher. Ich kann weiterhin alles kleinseitig laden, kleinseitig ausspielen, aus dem Browser direkt irgendwie an die Tracking-Dienste senden, muss aber damit leben, dass dieser Trend dazu, dass der Browser sich weigern wird, diese ganzen Sachen zu laden oder rauszuschicken oder beides, dass der nicht weggehen wird. Das heißt also Tracking, rein kleinseitiges Tracking wird immer unzuverlässiger werden. Das ist leider so. Deswegen ist der GTM eigentlich eine gute Option. Es ist halt kaum Code erforderlich. Zumindest ist es eine geile Sache, wenn ich sowieso schon mit der Google Cloud Plattform arbeite. Dann kann ich das Ding nehmen und es ist halt eine Abwägungssache von Kosten versus Last auf einem eigenen Endpunkt. Wenn ich mir jetzt einen PHP Endpunkt auf meinen eigenen Server lege und mein Shop hat zum Beispiel ordentlich Besucher, die sowieso schon mal den Server ganz gut auslasten und jetzt vor fünf, sechs, sieben, achtfache ich diese Last plötzlich, weil jeder Seitenaufruf, jedes E-Commerce-Event zur Not noch Scroll-Tracking oder was weiß ich, dauernd an meinen eigenen Endpunkt gesendet wird und da verarbeitet werden muss auf die Art und Weise, wie wir gerade gesehen haben, dann kann das natürlich sein, dass ich mir sowieso einen eigenen Server für diesen Tracking-Endpunkt anschaffen muss oder den errichten muss oder virtuell oder wie auch immer und wenn man jetzt keinen Bock auf Google Cloud Plattformen hat, dann muss man es halt irgendwie bei AWS oder sonst irgendwo, aber man braucht irgendetwas, was mit der Last irgendwie standhalten kann und deswegen finde ich, der GTM ist da durchaus eine Option. Die Kosten sind erträglich, zum Kosten hat Simo auch mal irgendwie was gesagt, also im echten Betrieb bei einem wie auch immer mittelmäßigen Traffic sollen das so 130 Dollar im Monat sein, da kann ich damit leben, wenn ich dafür einen eigenen Server habe, der meinen eigenen Endpunkt betreibt und wenig Code heißt im Moment natürlich nur, ich kann das machen, was da ist, aus, wie wir jetzt gerade gesehen haben und alles andere, wie eigene Tracking-Endpunkte oder Matomo oder sonst was, das ist halt nicht da, was im Moment schon da ist, sind nur die Sachen, die Google Analytics betreffen, das wird aber nicht so sein, also in Zukunft hoffe ich. Meine eigenen Endpunkte, die wir jetzt gerade gesehen haben und Tags und Clients, die sind alle, da ist nichts von wirklich fertig, das ist alles so Bastelkram von mir, das würde ich jetzt nicht in die Template Gallery reinpacken, aber es gibt Leute, die haben ja auch die Templates für den Client-seitigen Tag Manager gebaut, die werden es auch für den Server-seitigen tun, Schrägstrich tun müssen, sobald das Ding so ein bisschen Schwung aufnimmt. Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass unheimlich viele Leute sich draufgestürzt haben und das wirklich im Echtbetrieb jetzt schon nutzen. Viele Leute probieren, glaube ich, eher so, wie ich jetzt damit noch um. Aber diese Client- und Tag-Landschaft, die wird wachsen und mit diesem Wachstum steigt die Nützlichkeit des Tag-Servers und eben auch die Möglichkeiten, sowohl auf der Client-Seite, was Data Collection angeht, als auch auf der Tag-Seite. Facebook-Pixel, da arbeitet Simo auch dran, da gibt es, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo Links geteilt, habe ich ja auch benutzt, also das ist das Einzige, was ich nicht selber gemacht habe, da gibt schon mal was, also wenn man jetzt sagt, ich möchte Facebook auch über den Google Tag Manager ausspielen und auch serverseitig nutzen, dann kann man das machen, so ist es nicht. Damit schließe ich ab mit einem kleinen Cheat-Sheet, das gibt im Prinzip nochmal eine Übersicht über das, was wir jetzt ja alles hier gesehen und erfahren haben. Unten sind die Grafiken vom Anfang, die sind hier nur mit einem geileren Endgerät und anderen Farben, aber ansonsten ist es genau das Gleiche. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung von allem, was wir jetzt hier glaube ich jetzt hoffentlich ausreichend tief und trotzdem nicht zu technisch. Ich meine, es ist halt ein technisches Thema, sorry, kann man nichts gegen machen. Aber was wir hier gesehen haben und das Einzige, wo ich jetzt nochmal drauf eingehen würde, ist das Thema Kontrolle. Also ich habe ein paar Dinge gezeigt, wie wir über Felder Kontrolle übernehmen können. Natürlich ist ein eigener Client eine viel bessere Möglichkeit, Kontrolle zu übernehmen. Was könnte ich in einem eigenen Client machen? Ich könnte eine eigene Validierung machen. Ich kann consentkonform Daten bereinigen. Ich könnte Daten anreichern, Dimensionen anreichern. Alles, was jetzt im Moment über Custom Task und sonstigen Schnickschnack irgendwie im Client stattfindet, über den clientseitigen Google Tag Manager, in dem da irgendwelche Zauberdinger ausgespielt werden, jede Menge JavaScript-Bot-Erkennung oder was ich mache, bevor, kurz bevor die Daten bei mir in der Web-Analyse landen, sowas wie Filtern, Groß-Kleinschreibung von Kampagnen-Informationen und ich weiß nicht was, sind alles Dinge, die kann ich im Prinzip natürlich sowohl auf meinem eigenen Endpunkt schon im Client erledigen, indem ich bereinigte Daten in dieses Event-Modell reinschreibe oder indem ich sage, ich schreibe alles, was ich kriege, ins Event-Modell, so wie ich es bekomme und das Tag ist dann dafür verantwortlich zu sagen, unter Bedingung A oder B nehme ich diesen Umfang oder jenen oder reichere eben noch was an, wie die Bot-Marker oder was weiß ich. Soweit man die entweder clientseitig in seiner eigenen Data Collection mitsendet oder auch nur anhand von irgendwelchen serverseitigen Signalen erheben kann. Den Google-Bot erkenne ich anhand seiner User-Agent-String. Dazu muss ich ihn nicht an die Web-Analyse senden, aber ich kann auf dem Server schon erkennen, das ist der Google-Bot, also sende ich das Ding nicht raus oder ich sende ihn in eine extra Property, wo ich meine Bots sammle oder was auch immer. Ich glaube, der Punkt ist klar. Kontrolle habe ich selber, aber Kontrolle habe ich nur dann, wenn die Daten nicht irgendwie vom Browser aus direkt schon an Tracking-Dienste gesendet werden. Klar kann ich ein bisschen was kontrollieren, wie schon gesagt, über Custom-Tasks und sonstige Geschichten und das Tracking an sich, was da stattfindet. Aber so Dinge wie den User-Agent und oft auch den Referrer und so Sachen wie die URL, die vollständige und Cookies und sonstiges. Das sendet der Browser halt bei allen Requests mit, ob da nur ein Tracking-Skript angezogen wird, ein Google-Web-Font oder ob da Tracking-Hits rausgesendet werden. Das sind alles Sachen, die vom clientseitigen Tracking schwer wegzubekommen sind. Und das sind all diese Dinge, die jetzt uns diese Probleme bereiten und warum wir überhaupt in dieser Consent-Falle stecken. Weil im Client einfach so viel gesammelt wird und relativ unkontrolliert an Tracking-Dienste rausgeht. Da setzt das serverseitige Tracking an, indem ich mich dazwischen setze. Und wenn ich dazwischen sitze, kann ich all diese Dinge, von denen ich nicht möchte oder von denen ich weiß, dass es nicht sein darf, dass die nicht an irgendwelche Tracking-Dienste rausgehen unter bestimmten Bedingungen oder eigentlich immer, dann kann ich die weglassen. Und das ist der Punkt. Und damit sind wir eigentlich durch. Und ich würde sagen, wer dazu Fragen hat, Unterstützung braucht, sagt, pass mal auf, ich habe Bock an deinem Matomo-Kram mit weiterzuarbeiten, um das irgendwie in die Template-Gallery zu kriegen oder was weiß ich, der kann sich gerne an mich wenden unter den bekannten Kanälen. Und damit wären wir eigentlich fertig. Haben wir sonst noch irgendetwas an Fragen oder so? Sonst würde ich sagen, ich beende mal die Aufzeichnung zumindest und dann können wir noch über alles reden.